Soll es werden? Weißt du uns mal kurz allein? Hat dir das Haus ein Glück gebracht? Bist du zum ersten Mal hier seit damals? Ja, seit der Beherdigung. Sieht cool aus. Ich will ja nur mal gucken, ob das für richtige nordische Nudel ist. So vermisst ihr Arschlöcher. Wisst ihr das? Sag mal, ist eure Mutter eigentlich noch im Gefängnis? Du romantisierst sie total mal. Sie hätte uns wieder allein gelassen. Ey, wenn das hier unser Abschluss ist, dann möchte ich auch noch einen letzten Kuss haben. Falker, ey. Also so einen richtigen. Ihr holt Mama ab, oder? Ich würd nicht mal auf ihre Beerdigung gehen. Warum bist du dann hergekommen? Weil ich das Haus verkaufen will. Fühlst du dich denn als Opfer? Natürlich. Aber ich heul deswegen nicht rum. Ich will halt nach vorne blicken. Mein Leben. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Mein Leben. Halt mich. Halt mich. Mein Leben. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Halt mich. Untertitelung des ZDF, 2020